Kann ich in Deutschland wirklich erst ab dem 63. Lebensjahr eine Altersrente, als vorgezogene Altersrente beziehen, so wie es die deutsche Rentenversicherung in einer Pressemitteilung, in einem Statement im Zusammenhang mit geflüchteten Menschen aus der Ukraine mitteilt? Ist das wirklich so? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich steige hier gleich mal ein, will Ihnen das mal zeigen, was die deutsche Rentenversicherung am 18.09. als Faktencheck sozusagen mitgeteilt hat. Ich hatte ja dazu ein Video gedreht zum Thema keine Sonderrenten, Sonderregelung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Das zudem. Und hier schreibt die deutsche Rentenversicherung jetzt folgendes. Dies trifft nicht zu. Altersrenten in Deutschland können frühestens ab einem Alter von 63 Jahren bezogen werden. Sofern 35 Jahre rentenrechtliche Zeiten vorliegen und dies auch nur mit Abschlägen. Diese allgemeinen rentenrechtlichen Regelungen gelten auch für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Spezialrecht gibt es nicht. Okay, das wollen wir mal dahingestellt sein lassen, aber die Aussage ist eindeutig. Die deutsche Rentenversicherung sagt, ja, ich mache das nochmal größer, Altersrenten in Deutschland können frühestens ab einem Alter von 63 Jahren bezogen werden. Ui, da staun ich aber, liebe deutsche Rentenversicherung. Ich weiß nicht, wer diesen Beitrag geschrieben hat. Und dann gibt es hier nochmal einen Faktenhinweis in diesem Faktencheck. Für den Bezug einer deutschen Rente gilt für Ausländer dasselbe Rentenrecht und dasselbe Renteneintrittsalter wie für deutsche Staatsbürger. Das ist völlig unbesehen. Da gebe ich der deutschen Rentenversicherung auch absolut recht. Das gesetzlich vorgeschriebene Renteneintrittsalter variiert je nach Art der Altersrente zwischen dem 63. zwischen 63 und 67 Jahren. Ui, da muss ich ganz ehrlich sagen, da staune ich schon ein bisschen. Ich weiß nicht, wer da bei der deutschen Rentenversicherung diesen Beitrag geschrieben hat, aber offensichtlich jemand, der sich wahrscheinlich im gesetzlichen Rentenrecht nicht so richtig auskennt. Vielleicht sollte da mal jemand mal drauf gucken. Denn, meine Damen und Herren, das ist doch eine ganz klare Sache. Wir haben eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen als eine der Arten der Altersrenten. Ich zeige Ihnen das mal, welche Altersrenten wir hier eigentlich haben in Deutschland. Das ist einmal die Regelaltersrente. Ich mache das mal größer. Dann die Altersrente für langjährig Versicherte, die Altersrente für schwerbehinderte Menschen, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Betonung heißt besonders. Liegt auf besonders. Und die Altersrente für langjährig unter Tage Beschäftigte. Also wir haben fünf Altersrentenarten. Die letztere Altersrente, die lassen wir mal völlig aus dem Spiel. Da gibt es vielleicht ein paar Mann in Deutschland, die die im jeden Jahr kriegen. So, und jetzt gucken wir uns nochmal den Paragrafen 37 an. Und da staunen Sie jetzt wirklich, was da steht. Da steht nämlich Folgendes. Paragraf 37, Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Versicherte haben Anspruch auf Altersrente für schwerbehinderte Menschen, wenn sie das 65. Lebensjahr verendet haben. Bei Beginn der Altersrente als schwerbehinderte Menschen anerkannt sind und die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt haben. Okay, ja. Und jetzt kommt der Satz, der entscheidend ist. Die vorzeitige Inanspruchnahme dieser Altersrente ist nach Vollendung des 62. Lebensjahres möglich. Ui. Liebe Rentenversicherung, da steht 62 und nicht 63. Was heißt das eigentlich? Was heißt dieser Satz? Dieser Satz heißt, für alle Geburtsjahrgänge nach dem 31.12.1963 gilt als Rentenbeginn, der frühestmögliche Rentenbeginn mit 62. Und der ist nicht limitiert. Das heißt also, wenn ich 1965 oder 1970, 71 geboren bin, kann ich unter der Voraussetzung, dass ich das 62. Lebensjahr dann später mal erreicht habe und ich die 35 Jahre Wartezeit erfüllt habe und bei Beginn der Altersrente schwerbehindert bin, im Sinne des SGB IX hier die Altersrente in Anspruch nehmen, dann mit 10,8%. Da steht 62. Ganz klar. Das heißt also, die Behauptung, dass es in Deutschland nur einen Renteneintritt ab dem 63. Lebensjahr gibt, ist fachlich kompletterer Unsinn. Stimmt also nicht. Meine Damen und Herren. Dann gehe ich jetzt noch eins weiter. Wir haben Übergangsregelungen, die es ganz klar machen, dass sogar ein Rentenbeginn bei einer Altersrente für schwerbehinderte Menschen für Geburtsjahrgänge bis zum 1963 bis sogar noch mit 61 Jahren und 10 Kalendermonaten möglich ist. Also wir gucken hier mal die Tabelle an im Paragrafen 236a. Ja, da steht dann klar drin, dass die für Versicherte, die nach dem 31. Dezember 1951 geboren sind, werden die Altersgrenzen von 63 Jahren und die Altersgrenzen für die vorzeitige Inanspruchnahme wie folgt angehoben. Diese Anhebung erfolgte damals, ich glaube im Jahr 2012, wegen der Anhebung der Regelaltersgrenze von 65 Jahren auf das 67. Lebensjahr. Da hat man also sozusagen für die vorgezogenen Altersrenten hier auch eine Anhebung gemacht. Und das ist eine sogenannte Vertrauensschutzregelung. Das heißt also, alle die Leute, die 1960 geboren sind, ja, hier ist es, 1960 geboren sind, die können frühestmöglich mit Vollendung des 61. Lebensjahres um vier Kalendermonate eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen in Anspruch nehmen. Ja, und da kann sich jeder ausrechnen, wann das dann tatsächlich so ist. Also, meine Damen und Herren, die Behauptung der Rentenversicherung aus diesem Faktencheck ist nicht korrekt. Ja, die deutschen Renten beginnen eben nicht ausschließlich mit dem 63. Lebensjahr, sondern ab dem 1.1.20, ab dem Geburtsjahrgang 1.1.1964 mit Vollendung des 62. Lebensjahres. So steht es in § 37 SGB VI geschrieben. Und wir haben aktuell hier noch nach § 236a SGB VI entsprechende Übergangsregelungen bis zum Beginn dieser generellen Norm des § 37 SGB VI haben wir sogar den Rentenbeginn für Menschen, die 1960 geboren sind mit 61 Jahren und vier Kalendermonaten und dann für den Geburtsjahrgang 1963 mit 61 Jahren und zehn Kalendermonaten. Also, meine Damen und Herren, auch die deutsche Rentenversicherung macht mal einen Fehler. Ich hoffe, dieser Beitrag wird entsprechend korrigiert. Und einige Leute, die dieses Video jetzt sehen, werden der deutschen Rentenversicherung vielleicht mal einen kleinen Hinweis geben, dass man das bitte mal korrigiert. Weil ansonsten rufen nämlich die Leute wieder bei mir an und sagen dann, oh, da steht ja, dass die Leute nur mit 63 in Rente gehen können. Trifft das jetzt für mich als Schwerbehinder da auch nur noch zu? Was hat da die deutsche Rentenversicherung geschrieben? Und wir müssen dann die Leute wieder beruhigen. Das muss nicht sein. Hier hat die deutsche Rentenversicherung aus meiner Sicht auch eine entsprechende Verantwortung gegenüber Ihren Versicherten, die bei Ihnen hier in der Rentenversicherung versichert sind und auch entsprechende Altersrentenleistungen für die Zukunft erwarten dürfen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.